Herzlich Willkommen zur neuen Folge PAYDAY 2 zusammen mit dem Scanner Bob von alten Herren Und dem Ramon aka Edonai Hallo So hier liegt unser Benzin das kann man ja vor der Ausgänge kippen Echt? Ja Ja dann brennen die Ausgänge stehen da Ich hab ja schon mal das Benzin mitgenommen Oh fuck Oh oh Ab Der Türsteher hat uns erkannt Ja hinter die Ecke hinter die Ecke hinter die Ecke Ja ist vorbei Geh weg da nicht Achso Hier ist ein Eingang Nenn sich Fenster Ah die Hülschen hab ich glaube ich auch schon gemacht Haben wir vorhin zusammen gemacht Ja die haben wir ja jetzt zusammen gemacht Ja Könnt ihr die Kasse ausformen? Ja ich denke schon Ja und der ist da drin Oh ja tatsächlich Yo cash cash bling bling Haben wir noch geiseln? Ich nehm grad paar Ja Ich hab keine Kabelbinde mehr Hier liegt noch eine Frau in einem lila Kleid Die kann ich nicht fesseln Ich nehm die auf der Tanzfläche Warte ich komm zu dir ich hab noch Kabelbinde Oh Ich hab Benzin Ich hab Benzin Warte ich Ich dropp's hier mal Fuck Wir kommen hier hinten hin zu nem Pokertisch Hier liegt ein Benzinkalister Ich kann noch niemand mehr fesseln Alter hier ist ja einer Wow Du brennst das ganze Haus ab man Okay Ungewollt Boah Okay einer von den Türen Wow Da kam noch eine geschlossene Tür durch Gesprungen die Sau Alter was Was das denn gerade Da oben ist noch ein Tresor Eigentlich war doch letztens hier noch irgendwo anders ein Tresor Ich glaub das variiert von hier zu spielen Das ist doch mal random Die Polizei ist drin Okay Alles klar Da muss man eine Schrotik kaufen Die Polizei verstoßen Die Polizei verstoßen Achtung Kommt alle die Treppe hoch Edonai Findet den Tresor mit Geld Ja Komm weg Ist man tot Hier oben nicht auch noch irgendwo Oh hier hinten Hintereingang Geh mal auf die Terrassen bauen Hol da mal gell Falls ihr überhaupt was zurück Oh Bob Pass auf Oh fuck Was ist denn hier los Ich sag's Sie haben den Bohrer außer Gefecht gesetzt Wo werde ich denn beschlossen Repariere den Bohrer Ich kann mit dem G36 hier besser Ah ich brauche Schützenhilfe hier Warte ich bin runter Ich meine er ist oben Ich bin oben Ich bin oben Ich bin oben Woah Oh Tränen aus Alter Scheißbulle Gerät, ihrer ruf Nein Die sind am Fenster Oh ne, nichts gegen die Skars. Wo? Äh, bei Skarner und so. Äh, warte, ich bin da. Ah fuck, ich hab die eigentlich beide umgeschossen. Ähm, hast du schon Benzin am Haupteingang verschüttet? Oh ne, ne, ne. Hier steht erste Hilfekästchen. Ich präpariere den Bohrer. Ah fuck, von wo? Was ist von wo? Ich bin doch bei dir. Hier ist Kaka. Wahrscheinlich durch die Tür. Pass auf, da ist einer. Oh, Bohrer geht wieder. Wups, 89, sorry. Okay, da oben ist der Hauptresor, da müssen wir nachher in LKW Geldtaschen unterwerfen. Komm, hier gibt's ja nicht so viele Missionen, oder? Doch eigentlich schon. Stimmt, die sind schwer, die müssen wir auch mal machen. Hast du schon mal einen Banküberfall? Japp. Güter, hinter dir. Reparier Bohrer. Ne Geisel rennt weg. Ja, die werden befreit von der Polizei. Wir haben nur noch drei. Ja, ich hab ihr jetzt mal auf den Kopf gehauen, jetzt liegt sie da. Ja, die sind ja alle vorne auf dem Dancefloor. Oh, mit der G36 kann ich viel besser, ey. Heavy Eagle ist nicht so mein. Vielleicht brauchst du bessere Aufsätze dafür. Könnte durchaus sein. Wie lange braun der Bohrer noch? Musst du gleich durch sein. Halbe Minute. Dann kommt eventuell oben nochmal ein Save. Ah ja, da ist noch ein Save. Regens wird ja gesagt. Oben? Ja, ich seh den Save schon. Ja, dann los, wir müssen die Tür aufmachen, das machen wir gerade. Okay, sind wieder auf der Tanzfläche. Ich glaub, der müsste jetzt recht fertig sein. Neun, acht, sieben, sechs. Hier kommen grad voll viele rein. Ich brauch schnell mal Munition nachholen. Ich brauch Muni, haben wir ein Muni-Pack. Okay, ist offen. Wo kommen die denn rein? Denk an, die Scharfschützen auf der anderen Seite. Ja, ich muss jetzt mal ne Geil. Ja, die kommen jetzt auch gleich durchs Fenster gesprungen. Scharfschutz ist weg. Ah, ich seh einen. Also, ich seh keinen Scharfschutz soll ich sehen. Okay, wir öffnen den Save. Ich bin jetzt ein Bohrer an, mein ich. Oh je, wir hätten uns die Sachen klauen sollen, ey. Nicht nur Geld auf mich. Wolltest du nehmen? Oh fuck. Unten, unten, ganz viele. Doch, ja, die kommen durchs Loch. Oh, von wo? Oh, hier bei mir? Oh, ey, das ewige Nachladen. Besten Chill mehr für alle hier in der Ecke. Platzier hier oben mal ein Muni-Pack. Oh, so, du. Wir müssen uns echt noch mit Stealth probieren. Sachen klauen und so und die Keycards und Passwörter. Du glaubst gar nicht, wie geil das ist, wenn du einen Banküberfall auf richtig schwer einfach mal Silence hinkriegst. Das ist übrigens geil. Ja, wir haben bisher immer nur mit dem Bohrer gemacht. Ja, um uns umschießen. Ja, Stealth ist aber schon heavy. Wo ist eigentlich der Gute da? Oh, Scharfschütze? Gut. Gut. Ach, wie ist das Kobra, wie ist ja echt geil. Ich glaub, die kommen gleich über das Fenster. Ihre drei Geisel liegen auf der Tanzfläche? Ja, zwei sehe ich. Ich hol mal so ne Geisel ab und, äh, hol sie hoch zu uns. Ah, das ist gut. Äh, warte, ich komm mal hinten. Oder auch noch eine? Boah, hier unten geht's grad richtig ab. Fuck, Gas. Also durch den Haupteingang kommt keiner. Ja, hier unten sind sogar Autos. Ah, da kam wieder einer durchs Fenster. Oh, Fatsch. Noch einer. Ganz Mucke im Hintergrund, ey. Wirklich. Hab ich mal schlechte Mucke gekauft. Ja, muss ich auch. Wolltest du was schämen, dafür Geld auszugeben. Boah, nicht bekomm man dafür kein Klimaproblem. Ich find da nur ein Geschmackpolizei dann kommen, sonst die ja auch verbaulaut. Ja, ich find das gar nicht so schlimm. Im Hintergrund ist eigentlich ganz angenehm, wenn da ein bisschen was läuft. Ich hab schon so ne Gebu... Bekommen die Pathfinding Probleme oder laufen die mir nach wenn ich voran... Ähm, 50 Minuten, na Sekunden. Oh, der gleitet ist offen. Ja, dann bist... Ein Spiller unten kann auch entzücken. Wir sind zweieinhalb Stunden lang. Geh hoch. Geh hoch. So, hinweg. Zwei und halb Stunden noch, da ist er auch. Ja genau. Oh, Startwutze. Ich mach mir schon mal einen Kaipi und dann läuft der Hase. Startwutze ist down. Pass auf, hier liegt die Geisel, ne? Beide liegen hier also nicht. Jeder wird rumschießen. Wo zur Hölle kommst du grad her, mein Freund? Hier durchs Dach, oder? Ah, das ist so. Pass auf! Okay, wir sollten die Geisel doch woanders hinlegen, das ist gefährlich hier. Er legt sie hier hinten, hinter ins Eck. Ja genau. Ne, ist selbst recht offen. So, Mädel liegt hier. Ja, mehr Mann. Vor am Arsch. Oh, vor was am Arsch. Moment ist Ruhe, ne? Ja, kein Polizei. Aber gleich kommt nen Vorstoß. Vorstoß. Leute, man kann so mit nem Messer gezückt rumlaufen. Sniper. Du kriegst das Fenster. Hahaha. Der Arme. Sniper hab ich. Ach wirklich? Sind wir dabei? Oh, noch 73 Sekunden. Oh, leider. Oh. Es kommen nicht welche rein. Jedenfalls sind da unten irgendwie welche rumgelaufen. Ruhig mal ein Spiel in letzter Zeit, wo man nicht durch Wände gucken kann. Das ist ja schon mal fantastisch. Oh. Aber in der Standalone geht das ja auch nicht mehr. Au. Die Leute fänden immer weg. Ja noch. 30, oder? Ja. Perfekt geschätzt. Guys, you need to get that safe open. Ist klar. Wir sind dabei. Alter, Rahman hab ich. Rahman stand. Ah, fuck. Wow. Stun Grenade. Von wo? Ab, das war ich sogar. Und du? Können das Medipack da hinten dran kommen. Wo bin ich mal eben auf die Tanzfläche gefahren? Safe ist oben. Äh, offen. Okay Mädel. Jeder in den Back. Alter, wir sind hier unten. Ich komme. Okay, hab eins. Ich hab doch noch Money. Auf geht's. Pass auf, Sniper. Wo ist's? Oh, unten sind welche. Oh, ich hab gerade einen Held bekommen. Okay, nice. Okay, gleich ist's. Hat jeder einen Rucksack? Ja. Ich hab keinen. Ach, jetzt müssen wir auf den Transporter warten. Lass uns hier oben warten. Ich meine, ich hoffe, der kommt jetzt hinten. Nee. Naja, das ist ja hier. Pass auf, Leute durchs Fenster. Halt euch nochmal alle hier unten an dem Medik. Das ist eine gute Idee. Okay. Ah, jetzt ist's weg. Ich hab noch einen eins. Skandern, hast du noch eins? Auf dem Klo müsste noch eins sein. Ah, stimmt. Ja, da will ich jetzt nicht hin. Das ist zu weit weg. Da geht's aber wieder rein, ne? Wo du gerade knackst. Egal. Ist jetzt schon wahnsinnig. Ey, ey, wieso drin? Hinten geht's auch nochmal. Hier ist ein Pokertisch. Oh cool, kann ich mir mal was klauen? Ja, den hat der Leck schon angezündet. Oh ja, tut mir leid. Ist auch noch jemand Getränke? Ähm, machst du mir irgendwie ein Sex on the Beach? Boah, hinten raus. Wo ist das Ziel? Hinten raus, wunderbar. Wunderbar. Boah, hier hinten. Fuck. Am Pokertisch, die Schweine. Leute. Ey, die haben aber Pokertisch. Die haben gezockt. Die haben einfach mal um mir gehalt gezockt. Kann ich auch machen. Ach, sch- Oh, fuck, fuck. Ich komm nicht mehr weg. Ich häng an der Tür fest. Ah, da ist die Tür. Raus da. Ich glaub, der muss geknackt werden. Boah, ist das dunkel, ey. Ja, der muss geknackt werden. Ake, geht mehr Feuerschutz. Ich knacke auch schon. Machst du halt alleine, gut. Da ist der Nuss, knacke. Unsichtbare Wand. Wir brauchen mehr C4. Ich hätte gern Napalm. Was für ne Klasse habt ihr eigentlich jetzt alle so? Ja, das ist vollstrecker. Techniker. Okay. So. Geld ist im Auto. Ich komme auch. Und alle rein hier. Hoffentlich müssen wir jetzt nicht wieder flüchten. Schmeiß das Zeug rein. Und weg. Und? Ja. Nein. Noch ne Flucht. Noch ne Flucht. Egal. Jeder nimmt ne Tasche und dann... Läuft der Hase. Oh, gab wieder nen Skillpunkt. So hin. Laden. 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 Den Laden. Flieeeet. Ihr Narren. Flieet, ihr Narren. Scheiße, oh scheiße. Boah, der hat nicht so geflucht im Film. Egal. 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 Oh, fuck. Sind die alle Flieger am Boden? Ah, du wirst schon geheilt. Das war ein schwerer Unfall. Wer ist gefahren? Ich. Oh, Moritz bestimmt. Ich bin gefahren. Verdammte Taschen. Ich hab ja plus Fahrlizenz und Flieger. Oh, was war das? Wir hatten ne Polizeistation. Was? Die haben ne Polizeistation gerammt? Ne, wir sind hier im Parking. Wir sind überall Polizisten. Das ist nicht so gut. Ich glaub unser Parking ist aufgelaufen. Ich glaub unser Parking ist aufgelaufen. Dann spreng die uns gleich in die Luft, die Schweine. Wir werden hier festgehalten gegen unseren Willen. Ich würde gern meinen Anwalt sprechen. Äh, die Anwalt, den haben wir hier verwirkt. Amon. Anwalt ist immer in einem Auto. Oh ja. Der Anwalt war der Fahrer. Wäre, wäre gut. Hier, es war da mit dem Heli da drüben, oder? Hier ist es. Danke. Die Musik ist echt grottenschlecht. Ja, ich hab die Musik so leise in diesem Spiel. Also da merk ich. Man hört immer so ein Düm 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 Düm. Wie ich's laufen könnte mit diesen Dachchen. Drei Minuten. Mädels, wir stellen zu den Gangren und einer chillt oben an der Schild unten. Ja, das ist ne gute Idee. Ich mach hier grad die Tür auf zum Dach. Du bist da gar nicht aufs Dach. Vielleicht komm da noch zu mir. Wir müssen nur wo ich hin bin. Wir müssen sowieso da drüben, wie auf die andere Straßenseite. Ja, und das geht am besten wenn man hier unten hinkommt, wo ich bin. Ah. Aua. Ja, wo ist ein Bob? Ich bin hier oben. Schönes. Ein Package. Wir müssen auf dem Dach. Yellow Bull? Ja, diese Pakete. Kannst du finden. Kommt er da jetzt was cooles? Boah. Alter, hier unten sind viele auf unserem alten Parkplatz. Auf der anderen Seite kommen sie durch die Treppen runter. Ja, chillt doch hier drinnen. Die müssen doch hier reinkommen. Oh, hier sind so viele. Oh, da schüttelt sich ja. Blöcher wieder an. Oh, ich werfe meinen Moni-Kid hin. Auf der anderen Straßenseite, Alter. Überall. Oh, der kann die Granaten ja nur drei Meter weit werfen hier. Oh. Oh. Ich hab da eine Granate abbekommen. Fuck. Ah, haben wir irgendwo einen Mundbank hier? Oh, ja unten. Oh, falsche Tür. Rechts. Wo ist unten? Äh, da wo ich bin. Ach da. Ne, da liegt Geld. Ey, meine Tasche. Jetzt hab ich's da. Und der Hubschrauber schon. Und füllt davor am besten mal die Muni auf. 30 Sekunden, Thomas. Wo ist der Hubschrauber-Landeplatz? Ich hätte gleich angezeigt, wenn er da ist. Sitzt du noch der Tasche über? Äh. Nen. Ich hab eine. Ey, ich hab keine. War nur drei. Ich hatte vorhin auch keine. Hä? Ich hab nur Hubschrauber. Da ist's. Da ist's. Ich glaub, der kommt zu uns aufm Dach oder so. Oh, letztes Mal auf der anderen Straßenseite. Der rammt gleich das Haus so wieder weiterflucht. Ja, ich würde sagen, das ist Box Flugzeug. Ja, oben aufs Dach. Da geht's hoch. Und alter Flug dreht sie. Warum ist der da reinwerfen? Du hast Piloten des Servers. Der hat dann bestimmt gleich ab mit dem Geld. Ich kann das was. Oh nein. Er hat das Geld runtergeschmissen. Ich springe runter. Aua. Arm und bricht sich alles. Ein bisschen reviven. Ja. Ganz normal. Wie in Epoch. Ah. Ich krieg einen kleinen Atmen. Pullen. 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 Oh, richtig viele unten. Einfach Sperrfeuer. Und jetzt alle rein in die Zone hier. Alle rein. Sperrfeuer interessiert den nicht. Hopp. 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 Die Zone. Was? Was für ne Zone? Achso. Juhu. Gage Courier Package. Ach, war doch ein Kinderspiel. Easy. So weit mach ich immer morgens nach mal aufstehen. Natürlich. Ja. Ich denk mir dann immer. Ahja. Kann ich jetzt eigentlich so ne Bank? Außer Raum oder außer Nachtclub? Also das bargelds aber wenig. Das ist für mich Kleingeld. Peanuts. Na gut. Dann vielen Dank für die Zuschauen. Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.